Das ist echt nicht so was von Mama. So leider, nee, nee, das ist nicht egal. Du schießt die Kacke, also. Du hast eben so umgebetelt. Ja. Ach so, jetzt noch mal schreien. Ich will noch mal schreien. Ich bin den ganzen Tag mit Kinderhassen. Das gibt Kinderhassen aus dem Rehassen. Das sollte nur nicht... No! Achtung vor der Freien, Achtung vor der Freien. Zwei. Der Dienstwischen Krampus war... ...neben für Unterholen. Da war es nicht so. Ja, ich hatte den Schrank direkt vorne. Ich hatte den Schrank, den Schrank, den Schrank, den Schrank. Ich hatte den Schrank, den Schrank, den Schrank, den Schrank. Ich hatte den Schrank ein bisschen. Achtung! Achtung der Wettbewerb Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.